warte ihre geschichte ist dass sie darauf auf ihn gewartet hat wir müssen hier irgendwie auf diese geschichte noch mal kommen sie hat ihre sie hat ihren ihre perücke eingegeben wick geben wir nochmal wick ein wick hatte ich vorhin schon eingegeben aber ist egal noch nicht zu dem wort gekommen ist einzug ihr einzugeben sie hat meine klamotten sie hat meine perücke aufgetragen warum hat sie überhaupt eine perücke das ist die frage und sie hat ein paar von meinen klamotten genommen hat so getan als wäre sie ich sie hat genossen ich mich dass sie genossen ich zu sein und sie wollte er sagte er möchte mit mir sein dann hat er sein geschenk genommen irgendein spiegel noch ein spiegel genauso einer wie er schon mal vorher ihr eingeben hatte einzigartiges dieses einzigartige geschenk unique geben wir auch noch ein aber sie flippte aus hat den spiegel zerbrochen sie haben gestritten rumgeschrien er hat die eine gegeben und dann hat sie ein stück von dem zerbrochenen spiegel genommen hat es um sich um sich gefuchtelt und hat da hat sie ihm direkt den hals aufgeschnitten und wahrscheinlich an die halsschlager hat aber getroffen sie wollte ihn eigentlich nur erschrecken oh mein gott geben wir mal throat ein hohen oh oh das ist ein hals aufgeschnitten da macht ihr noch dieses alibi geschichte dass sie nicht weiß wovon was passiert ist die dreht auch noch am ehring rum hier macht sie noch so die geschichte war hier noch das geständnis hier ist die geschichte wo die noch so tut als wüsste die nicht was abging und das ist hannah sie hat ihn noch getötet das ist der spiegel wie die sieht den spiegel und die ist auch schon ein bisschen aufgewühlt und sagt wie mit dem spiegel sein hals aufgeschnitten sie sieht gerade in ihrem inneren auge sie sieht gerade in ihrem inneren auge was sie getan hat beziehungsweise spielt noch mal die situation in ihrem inneren auge ab like i said before it was three something like that we i walked in saw simon was on the floor of the living room his throat had been cut so dass luther bleibt viel blut glaube ich dir ja dann ist der jetzt kommt auch noch die polizei weil es wieder so geständnisse sind krass wir haben wir haben auf jeden fall den mord aber die ist mit der mit der das mit der perücke verstehe ich noch nicht ich möchte die komplette story von ihr ich möchte ihre komplette geschichte haben von beiden nein ich meine wut und was type of wig die macht so als witz du die von nix wehr hast du doch doch du hast schon mal ne perücke getragen als du siemen den hals aufgeschnitten hattest Nein. Die Eltern entschieden, dass es ein Wettbewerb wird. Und nach dem Wettbewerb, Han moved in mit seinen Wettbewerb. Es gab keinen Weg, so wir waren wieder separatiert. Ich stayed in der Attik. Es war schwer. Es war wie ich nicht existiert. Ich würde aussehen, aber in case jemand mich erinnert, als ich mich erinnert, habe ich angefangen. Hannah und ich waren in den Park, und ich war zu versuchen, zu werden. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht mit jemandem wir wussten. Es war sex mit strangers. Dramatische Leute, in den Cluben. In den Parken und Halloways. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Das war's. Krass, man. Richtig krass. Also Hannah ist ja eingezogen nach der Hochzeit mit ihm und sie konnte ja nicht folgen. Sie konnte Hannah nicht folgen, weil Hannah war ja schwanger. Und sie war nicht schwanger. Es wäre ja voll aufgefallen, wenn sie auf einmal ohne Bauch da rumläuft. Weil sie hätte auch mit einem Kissen irgendwie rumlaufen können unter ihrem T-Shirt. Aber egal. Wäre jetzt auch irgendwann aufgefallen, warum hast du dann ein T-Shirt unter deinem T-Shirt. Deswegen wollte sie, sie ist dann die ganze Zeit wieder auf dem Dachboden, äh Attic muss ich eingeben. Sie ist die ganze Zeit auf dem Dachboden geblieben. War hart für sie, klar, glaube ich, dass sie wieder nicht existiert. Und sie hat dann angefangen eine Perücke zu tragen, in der sie draußen rumlief. Und sie ist überall rumgelaufen. Und sie hat sich auch mit Hannah getroffen, draußen, im Park. Sie wurde, sie hat versucht schwanger zu werden. Hat mit Dingen, mit irgendwelchen Leuten rumgebumst. Mit verfremden, besoffenen Leuten im Park. Irgendwelchen Obdachlosen. Obdachlos steht das, war nicht, aber egal. Und sie wollte unbedingt schwanger werden, damit sie auch den Bauch hat. Damit sie dann auch immer noch wieder tauschen kann mit dem. Mit Hannah, aber das mit dem Tauschen, ich verstehe das immer noch nicht mit dem Tauschen. Mit Florence, ich muss Florence eingeben. Ich muss, ich muss Florence eingeben. Und dann hat sie irgendwann eine Geschlechtskrankheit bekommen, richtig eklig. Und dann, durch die Schwangerschaft wurde die fetter und durch die Krankheit wurde sie dünner. Also durch die Schwangerschaft wurde Hannah fetter. Also die, die hier sitzt, ist ja Eve. Und Eve wurde dünner. Und sie wurden dann irgendwann angefangen, dass die beide nicht mehr aussehen. Dass die beide nicht mehr gleich aussehen. Und dann ist die Frage, wurde es langsam Zeit, dass wir unsere eigenen, dass wir verschiedene Menschen, dass wir unsere eigenen Menschen werden, dass wir wirklich einzigartig werden, statt dass wir eine Person sind. Es schien so, als wäre es die gleiche, als wäre es die richtige Entscheidung. Aber keine von uns wollte eine eigene Person werden, sondern wir wollten eigentlich zusammenbleiben. Wir haben, wir haben, wir haben uns darauf geeinigt, dass sie und Simon zusammenkommen, ist so schnell wie möglich. Und dass ich dann irgendwann einziehe. Das war der Plan, aber den Plan hatten die doch Simon dann vorgestellt und das hat ihm nicht so gefallen. Er muss erst mal schlucken, was passiert ist. Okay. Noch ein Video. Das war das 9, das war 9, das war 9. Ich ging um und sie war wunderschön, sie war furchtend für mich. Sie war furchtend und so wunderschön. Das kind of wunderschön, du nur wunderschön kannst, du selbst wunderschön. Wir grüßen uns an, uns arbeiteten, grüßen, wir kämpften. Ich schlief sie zurück, schliefst. Ich hatte meine Wig auf von performen, sie schlief sie. Eventually, wir grüßen uns an, uns arbeiteten, und ich rief. Das war das 9, das war das 9. Ich hatte meine Wig auf. Das war das 9, das war das 9, das war eine andere Geschichte. Geht mal hier close ein. Leidung. Warte. Ich muss erst mal Florence eingeben, warte mal. Ich komm, ich muss erst mal Florence eingeben. Florence, don't be hang with her. Mutter, ich hatte keine Brüder erwartet, und hatte ein gesundes Baby. Ich denke, sie war einfach glücklich, dass Florence sich umschliefen. Ich nehme die Beweise, dass es nichts, aber eine glückliche Geburtstag war. Okay, Florence hat ja die Mutter irgendwie ihr Ding, Geburtshilfe gegeben. Und da hat sie einfach gesagt, dass sie tot ist. Warum auch immer, keine Ahnung warum. Und Florence hat dann sie mitgenommen. Wo ist jetzt Florence? Florence raised me in her home. Ich habe nie gelegt, sie mich aus der Zeit. Es war nicht odd für Leute zu sehen, eine midwife mit einem Baby, carrying in supplies, washing nappies, das sort of thing. Aber ich habe nicht mehr verändert. Ich habe nicht mehr verändert. Ich habe nicht mehr verändert. Ich habe mich aus meiner Fenster gesucht, und sie hat sie across the road gesehen. Ich hatte mir gedacht, es war eine Reflexion in der Mitte. Florence hat sie jetzt weiß ich aufgewachsen Ich bin aufgewachsen damit dass ich immer aus dem Fenster geschaut habe und Leute haben sie gesehen wie sie irgendwie fast hin und her gelaufen ist was weiß ich und dann habe ich und ich dachte ich sehe eine Reflexion im Spiegel sie war ich Reflexion gebe ich auch noch ein hat das jetzt auch noch was hier mit Platos Ölengleichnis zu tun oder was es war nur mich und sie es war die Name sie waren zu callen der erste Kind They talked about it and were going to try when it came back. Florence's family had a history of firstborn girls so they were convinced it was going to be a girl. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember that I read when I was a child. Maybe I misread, maybe I misunderstood. Sometimes it's hard to remember what happened last week. This background story, there are still a few pieces. What did she say? Words that I could use? Firstborn girl. Firstborn girl. What happened last week? was war das eben was ist da eben passiert irgendwas mit der database war irgendwas passiert gerade ok geh mal zum nächsten wort unique gib mal ding hit sie hat die doch versteckt versteckt hit me hier spread mir her mir hat mich gegren nee bought något buzz the mirror i can't remember i filled it somewhere safe upstairs i think i haven't get at it since Oh mein Gott, was war denn das gerade? Reflexionen hatten wir schon, oder? Nein. Ja. Den ersten Mal, dass wir uns alle sahen, war es verrückt. Wir beide wussten am gleichen Momenten, ich denke. Wir mussten haben uns gesehen, aber es gab diesen Momenten, wenn wir zuerst realisieren, es war nicht eine Reflexion. Die Reflexion war zurück. Ich glaube, ich war fünf. Das war mein Birthday. Ich war ein Party hat und wäbel. Ich wusste, was Party hats waren, von Büchern. Und es hat mir gedacht, heute muss ich mein Birthday sein. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich würde die Schmerzen, aber ich würde finden, ein Weg. Cutting mit einem knifchen, oder so. Mein Reflexion würde immer, her house and go on adventures, but I never could. Mother taught me at home and I had books and TV. TV was magical, but it was only on when it wanted to be, so I spent a lot of time reading books. I wanted to see my reflection. I thought that if I touched her, I would like to see my reflection. Something would happen. We would become one, one girl. The fairy tale was over, the witch was dead and I'd be restored to my rightful place. Die Hannah getötet. Wieder so ein Polizeigeräusch, man. Weil die späteren Videos, in den späteren Videos sieht man nicht mehr Hannah. Hat sie auch noch Hannah getötet, damit sie eine Person sein wird? Alter. At the time they said it was poison. Food poisoning. I mean I felt so guilty. If I'd still been at home, maybe I could have done something. I did. Okay, it's the murder. The idea, that they were gifted, probably by Eve. Eve has probably killed her own parents. I mean, I don't know. Something must have happened to him on his way home. He could be hurt. I mean, why hasn't Eve phoned? I just, I don't know. Tha 늦 éght! Good sir, the kiwi loved him sorry. Sie hat ihm doch die Kehle durchgeschlitzt. Sie lügt doch. Deswegen wackelt sie so in ihrer Gestik. Sie gestikuliert ja auch so. Viele Profiler studieren doch so was. Sie sehen dann das. Dass so einer lügt. Gib mal Magical ein. Ich habe Bock, die ganze Geschichte nochmal irgendwie zusammenzufassen und zu erklären. Oh Mann. Fairytales. Evil. So, you see, even before I knew the truth, children noch ein. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper, up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we fell for her. Her divorce last year just kind of drew a line on the things. The princess Diana had, I think, 83 or 84 even married. In the 80's, before I say the wrong year. She left her from Prince Charles. She left her. Then they came together with Dodie and then they died. In the tunnel there. Through a car accident. I'll take my princess one. Let me see. Yes. I drove in here, because I remember well, I went over the river. And then there was a church. There. Yeah. And I probably... Well, I remember seeing the street sign called Princess Street. There it is. Yeah. So I'm pretty sure it must be this one. There. Okay, I think she wants to tell where she was. But this story, where she went away, is also interesting. I have to understand what happened there. That she went away and went away. I'm honest. We were obsessed with fairy tales. Fairy tales must be shared with them. Not just the pretty, pretty ones, but the traditional ones. They were dark and real. Bizarre and violent. Felt like life. We had this huge old book, that I think Mum had bought from the library sale. The illustrations had thin tracing paper over them to protect them. They were in colour. Shiny plates. At the front of the book was an index of illustrations, and we read that more than the actual stories. We'd read aloud the captions and flip between the pictures. There was something intimate about peeling back the tracing paper and dressing the pictures. Rapunzel's hair was cut. The eagle plucks out his heart. The princess pricks her finger. Da waren einige Stichwörter, die muss ich aufschreiben, Magma. Fairy tales habe ich aufgeschrieben. Obsessed vielleicht. Book habe ich auch aufgeschrieben. Library sale. von der Bücherei. Illustration. Erstmal Illusion. Illusion habe ich vorhin auch gelesen. Und Illustration. 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 Ich sehe nur davor. Ich sehe nur davor. Und ich sehe nur davor. Shiny blade. At the front of the book, was an index of illustration ... ... ... ... ... ... ... ... Haar habe ich aufgeschrieben Zwei neue Videos Das für zwei Becher auf einmal Ich habe Rapunzel nicht mal eingegeben Haben die irgendwo Haare gefunden oder was? Geht mal Fount ein Gefunden Die Brüse Ich habe einen sehr schnellen Metabolismus Also Dinge wie das kommen und gehen Zu der Zeit war es nur noch eine Person Ich weiß nicht ob es mehr ist Aber ich habe bereits den anderen Polizisten Ich habe das Körper gefunden Ich... Warum hat die jetzt so... Also erstens hat die Als sie von ihrer Wunde geredet hat Von ihrer Verletzung Hat die erstmal ihre falsche Wange angefasst Denn sie hat nämlich An der linken Seite die Verletzung Und sie hat sich an der rechten Seite angefasst Und jetzt sagst du wegen dem Stoffwechsel Okay Und... Okay, da war das wahrscheinlich noch so 27.06. Dass sie noch nicht zugegeben haben Dass zwei verschiedene Menschen sind So... Okay Richtig interessant Rapunzel Gib mal Rapunzel ein ом Sorry Sorry The picture The way it's drawn It's just reminded me of the books we used to read as children I read those fairy tales over and over They were so real to me Rapunzel was my favourite My brain is just full of it I mean, if you'll be in colour Das Wort Color habe ich jetzt auch schon 2-3 mal gehört, gebe ich auch noch mal ein. Ich gebe mal jetzt Color ein. Nix. Okay, Fairy Tales. Ich gebe jetzt nur Fairy ein. Jetzt sehen wir mal was von den Märchen hier. 3 Videos, yeah. Dollhouse gebe ich auch noch ein. Es ist auch schon mal, meine Frau. Ich arbeite da ein paar Wochen, und Simon hatte eine Part-Time job da, auch. Das war Eric's generosity. Es ist immer gut, helping ein paar andere Kinder. Simon war quiet, more thoughtful than the other boys. Even then he had a sense of craftsmanship. Wasn't always rushing stuff. Boys that age are just running around like headless chickens most of the time. No. No. Plus he had that look. He looked like a fairytale prince from one of my books. Okay. Sie redet immer so gut. Also Yves redet immer gut von Eric. Sie ließ etwas mit Eric. Devoted aufschreiben Life habe ich auch schon ein paar mal gelesen Devoted Okay, Life Oh oh, da waren ja schon einige Videos Really? You're going to ask me about my sex life? I mean, isn't that private? Okay Okay She had ja gesagt, dass sie kaum Sex hatte mit ihm Are you married? How is your sex life? Come on, her fangt der Bulle zu reden Naja, wir machen immer so Doktor-Spielchen, wirst? Die nimmt mich auch ab und zu von hinten Und so, ich bin halt ein Bulle Guter Bulle, Böser Bulle So, our sex life is probably fairly average for a couple after 10 years of marriage Okay, ist es aber nicht, denn sie hat ja nur kaum Sex gehabt mit ihm, fast gar kein Hab ich jetzt abgespeichert das Video? So, dollhouse Dollhouse I'm not sure where the dollhouse came from I don't know if it was given to them or they inherited it They wouldn't have had the money to buy it It was so huge It must have been taken up to the attic in parts and then reassembled up there It is a beautiful thing Wallpaper to scale Little furniture Lights, work Mirrors, beds Duvets and pillows We spent hours and hours playing it Invented all these characters And families who lived there We wrote paperwork for them all Passports, diaries And gave them all really elaborate stories Once A moth got trapped in there We'd left a light on It was making the most horrendous noise We tried to kill it, but it was tough We ended up crushing it under a copy of the Arabian Nights Okay The legal stuff was completed very quickly Hannah moved back in with Simon Eric gave Simon the week off to help with the move He decorated, modernised wallpaper curtains Hannah insists the attic left as it was Dollhouse and all So Simon and everyone top that So So that Eve can't turn into the attic I'll give this attic Now I'll give this attic We've already seen all videos So Dollhouse Etika Rapunzel We have a fairy Let's give a tail So and So and And Illustrated Auch nix Alles mal hier löschen Die Wörter werden immer weniger Library gebe ich jetzt mal ein Aber wieso hat Florence gesagt Zu den Eltern, dass die tot sind, die Kinder Dass Eve tot ist, ich verstehe das nicht Obsessed Ah, ein Wort Ein Video Gib wieder ein Code ein Nein Ich habe niemandem verletzt Ich habe niemandem verletzt Ich habe niemandem verletzt Ich habe niemandem verletzt Simon ist tot Warum ist er tot Aber ich habe mein Baby zu verletzt Warum versuchst du mich schade Warum bist du so obsessed mit Sex und Affaires Sex und Affaires Was Oh mein Gott, ich glaube wir haben es Vielleicht wegen einer Affäre oder was An Affaires An Affaires Simon wasn't having an Affaires Hmm Jetzt schon komisch reagiert Und was hat deine Frau getan Und was hat deine Frau getan Sie hat dich nicht Sie hat dich nicht Du denkst, ich habe Simon weil er ein Affaires Ich habe ihn nicht Ich habe ihn nicht Ich war nicht sogar da Ich war in Glasgow Worrying über ob mein Baby noch in mir Ich meine, warum würde ich Simon töten? Ich liebte ihn Jetzt regte sie sich so auf Ich glaube wirklich, dass sie ihn geliebt hat Und weil sie von der Affäre erfahren hat ist sie erstmal abgehauen Sie konnte nicht mit dieser Information irgendwie Die konnte sie nicht richtig damit leben Deswegen musste sie erstmal verarbeiten was abgeht Deswegen ist sie abgehauen ist nach Glasgow gefahren Einfach rumgefahren Ok Richtig krass Wart mal Jetzt ist die Frage Jetzt ist die Frage Wie geht man jetzt weiter Affaires Simon Ah hier Was war das Ding? Cheat Cheated Cheated No I have never been unfaithful I have never cheated on Simon Genau Erst fragen sie, ob er sie betrogen hat Jetzt hat sie ihn betrogen Mit Eric vielleicht Have I ever cheated on Simon? You asked that question yesterday Ah, die haben sich abgesprochen Lass mal kurz schauen Siebter Erster siebter Drei Sechster Die hat dazu gesagt Die hat mich gefragt, ob sie Ob Krass Die haben sich abgesprochen Hannah Wurde gefragt, ob sie Simon betrogen hat Und dann Danach hat sie Wahrscheinlich Eve alles erzählt Und danach kommt Eve und sagt Have I ever cheated on Simon? You asked that question yesterday? Ok Ok Hab ich's abgesprochen? Da war noch was Da war noch was Hier? Es war supposed to be a secret Ein secret? Hebe ich an Just because Simon is dead Doesn't mean I have to give up all his secrets It doesn't have anything to do with what happened to Simon No one murdered my husband Because he cheated his expenses for romantic weekend in Oxford 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 Was ist in Oxford passiert? Ok nochmal den letzten Satz We're supposed to be a secret Murdered 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 war das allererste Wort Das war von Anfang an ja auch da stand Dass wir wissen worum es geht in dem Spiel Murdered Expenses Drei 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 Aha! Okay. You got me. I'll confess. Confess. We were there. Woah. Woah woah woah. It was a dirty weekend. Simon was going to expense it. Pretend it was a business trip. I used a made up name. We stayed at the hotel. We had a room service. Didn't leave the room. I had a great view of the river. And you could hear the church bells. Church bells. Like you said. It was very romantic. Okay. You got me. You got me. What you got me. Wo war dir. Wo war dir. Wo war dir. Dirty weekend. Weekend. Und dirty. Simon was going to expense it. Pretend it was a business trip. I used a made up name. Name. I stayed at the hotel. Had room service. Didn't leave the room. River. Hier sind viele Wörter. Irgendwie viele Schlagwörter gerade. So. Was haben wir hier? Hat sie wieder ihren schwarzen Kaffee? Nothing else happened that night. We talked. Then I said goodbye. Then next week I was singing in the bar again. And there he was. And again the next week. He offered to buy me a meal. I told him I had already eaten. And so I got chips and ate them on the beach instead. And we said goodbye. He asked me to kiss him. Who was on the beach? The beach. Let me show the video again. Yes. We had to fight. Warum? Was war da? Es war nur 11. Wir haben später eine Liebe-Hate-Relationship gemacht. Ja. Konferenz. Oxford habe ich schon gehört. Ich hab ihn mitgebracht. Ich sagte, es war boring. Er hat die Zeit in der Bar waren. Ich sagte, es war einer meiner Freundin, jemanden ich in der Bar hatte. Ich denke, sie war glücklich. Aber ich konnte sehen, dass sie sich gedacht hat, warum könnte es nicht mit ihr und Sime passieren? Sie waren die, die das reale Leben waren. Warum nicht sie? Irgendwas wollte ich noch eingeben, ich habe es vergessen. River hat sich erledigt. Bar hat sich erledigt. Sag mir was über die Konferenz. Das wollte ich noch eingeben. Es war eine Konferenz, etwas zu tun mit Double Blazing. In Oxford? Hm, ziemlich schwache Story. So, jetzt gehen wir mal nach Oxford. Okay, nichts. Ich habe hier auch einen Namen aufgeschrieben. Aber jetzt kommt Bane, falsch eingeben. So, Name, alles. Zähl mir mal was über dein Weekend, über dein Wochenende. So, haben wir auch keine Buchstaben mehr. Ich habe mich hier wahrscheinlich vertippt. Bei mir steht nur noch Dorgi. Nee, aber hier irgendwas mit Kirche. Church Belts. Wir geben erstmal Belts ein, dann nach Church. Auch beides weg. Room Service. Okay, nichts Hotel. Aha, da ist da noch was. Und der Hotel sagte, er war da. Was war das? Und der Hotel sagte, er war da. Und der Hotel sagte, er war da. Okay, nichts. Okay, nichts. Romantisch hatten wir schon, ne? Aber Expenses hatten wir. Expenses schon. Okay. Okay, das nächste Wort war Murderer, tabi, hier. Okay, das nächste Wort war Murderer, tabi, hier. Oxford. Achso, hatten wir ja schon. Ich hab aber halt paar Mal was doppelt mitgeschrieben, deswegen. Secret. Hatten wir, glaub ich, auch schon, ne? Sex hatten wir auch schon, ne? Cheated hab ich schon. Cut steht bei mir hier. Hab ich auch schon eingegeben. Hair hab ich eingegeben. Haare, Buch. Book. Das geb ich nicht ein. Book. Okay, alles weg. TV. Hab ich auch schon ein paar Mal gehört. Das müssen wir noch hier nachgehen, hier. Okay, nee, nix. Ähm, hatten wir Birthday schon? Auch schon alles, ne? Florence hatten wir auch schon, ne? Ah, da war ein Wort vorhin, das war so oft so prägnant genannt worden. Und das war Family. Nix. Beziehungsweise alle Videos schon geschaut. Udja. Ihr habt Udja gespielt. Das interessiert mich jetzt. Grace Kelly. Grace Kelly. Grace Kelly. Grace Kelly. I don't know that. Who is to share dreams. We used to wake up and write them down in our Diaries immediately. And compare them. Share habe ich auch schon oft gehört. Das Wort habe ich auch geschrieben. Was hat die das gesagt? Das ist das, was wir dachten, dass sie eine Art Magik hinterlassen ist. Magik hatten wir schon? Wir mussten träumen. Wir mussten sie in unsere Diaries schreiben. Mhm, da ist noch was. Es dauerte über 6 Monate. Ich versuchte, aber alles war anders. Hannah versuchte, dass ich sie nicht mit Simon sein würde. Ich schlafe ihn nicht mit ihm. Ich habe ihn nicht wie die anderen. Die Regeln haben verändert. Ich, die in der Attik leben, habe es wunderschöner geworden. In einer Weise, dass es nicht vorher war. Krass, Hannah wollte nicht mehr teilen. Hannah wollte jetzt komplett nur noch mit Simon sein. Und sie hat jetzt und Eva nur noch auf dem Dachboden rumgehangen. Das war ja nicht mehr so, dass wir irgendwie herumgetauscht haben. Ich glaube, Eva hat Hannah getötet, kann das sein? Das war ja nicht mehr so. Das ist wahr. Gib einfach mal den directamente zu einem. Ich meine, was wenn sie verrückt waren? Du hörst immer über diese Leute, die ganze Zeit. Warum würde jemand, der KNEW Simon, wollen ihn töten? Sie wollen ihn? Aha. Ja, natürlich. Wenn das helfen würde. Will you phone the house to let me know when you want to come round? Then I can make sure that I'm there. Okay, komplett aus dem Kontext gerissen. Keine Ahnung. Nichts kapiert. Sure, I think. I do all the bills and paperwork and handle all the money stuff. So, should be easy for me to find. Okay, paperwork habe ich schon oft gehört, das Wort. Jordan dropped off to you. Paper, paperwork habe ich schon öfters gehört. Okay. So, you want to eliminate me as a suspect? Ah, okay. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf diese ganze Sache. Wait, ich gebe auch noch mal OneTed ein. OneTed. I thought it made me sound suspicious. It's not a normal thing to do, to drive to the other end of the country. I just... I wanted to keep it simple. And it was stupid not to tell you everything. Seeing I spent the night in Glasgow where my husband went missing, I thought it would, you know, distract you from what was important. It's different now. It's different now. Now he's... Okay. Jetzt ist der tot. Ähm... Was wollte ich eingeben? Wanted habe ich eingeben. Share habe ich eingeben. Shared? Nichts. Grace Kelly habe ich eben hier noch aufgeschrieben. Nur Kelly. Auch nix. Uja haben wir hier eingegeben. Ich habe hier irgendwie noch Tom Cruise. Haha. Sorry. Du bist weg. Ah. Jetzt reden wir mal über die Regeln. Ich habe hier noch... Wie viele Wörter? Oh, ich habe immer noch viele Wörter hier. Wir haben viele Wörter hier noch. Locker noch 15, 20 Wörter habe ich aufgeschrieben. Hm. Was ist das für ein Bild? Okay. Ähm... She's being chased. Wer? Ähm... They're trying to catch her because... She did something wrong. Bad. I guess... She broke the rules. Broke the rules. Or... Maybe they think she did something bad. Bad. Maybe it wasn't her fault. She looks scared. Not guilty. Maybe it was mistaken identity. Did they catch her though? I don't know. Sharpies. Bad. False. Scared. Guilty. Identity. Aufgeschrieben. Ich gebe mir auch noch gleich rein. It just became our way of life. We would swap places and take it in turns to do things. And we were very careful. Whoever had been out that day would come back and write a detailed diary so that we were on the same page. We had a list of rules that said what we could and couldn't do in any given situation. It was exhaustive. We lived a second life through those rules. Rules for things that could only ever happen inside our imaginations. We would consider all the permutations of future events and agree rules to walk our way through them. Ich habe jetzt hier noch paar Wörter aufgeschrieben. Swap, Diary, Situation und Imaginations. Ich glaube das wird interessant. Da haben wir was. No, he doesn't give diary. Okay. That's my thing. I've kept one, well, as long as I can remember, since I was a girl. It helps make sense of my day. And when you're forced to put something into words, it just gives you perspective. Everyone's on the same page. Okay. When I was eight, Mother died. She slipped down the stairs. It was an accident. I read a diary at that point and I knew she wasn't my real mother. So I burned the diary that day and I left. Walked out and across the street. It's crazy. Okay. Krass. Okay. Jetzt hat die noch einen Mord. Die hat ja noch jemanden getötet. Sie hat jetzt ihre eigene Mord. Jetzt hat die auch noch Florence getötet. Okay. Warte mal. Lass mal nochmal das Video schauen. War das das Video, was ich jetzt geschaut habe? Ne, ne, ne. Das andere Video. Welches war das jetzt? Das da? Ja. Ja. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She read all this stuff in a diary. Ah, jetzt verstehe ich. It's amazing what people will admit to on paper. It's so cool. It's so cool. It's so cool. We've already watched the video at the beginning of the last place. And I didn't understand that. I didn't understand that. Now I understand. Now wait. Flores was a warm, kind person. But she was broken. I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it. All the papers. All the papers. Letters. That kind of thing. Her story was in there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand. I guess I'd just put it together later. Once I was older. She had loved children. Planned to have a large family. But her husband died in the war. And that was back when you married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange? She was a widow from her twenties. But, I mean, I guess it was different then. You know, you married for life and she felt she could never marry again. I guess it was harder. A war widow. One of the dead. I don't know. Maybe there was more to it than that. I don't really know. I have the word dead here again. Where is the video now? When I was eight. When they died. She died at eight. When she was eight, her mother died. Florence. And she is... She is... She is the Treppe runtergefallen. Angeblich. She is gestolpert and so weit. Ausgerutscht. Yeah. And it happened in the moment. As Eve herausgefunden hat, dass sie nicht ihre eigene Tochter ist. Dass sie nicht ihre leibliche Tochter ist. Es war ein Unfall, sagt sie. Sie... Ich hab ihr Tagebuch geschrieben zu dem Zeitpunkt. Und hab gewusst, dass sie nicht meine echte Mutter ist. Ne? Richtig krass. Ich hab das Tagebuch verbrannt und bin abgehauen. Ich bin die Straße gegenüber gelaufen. Und das war's. Was? Mann. Richtig krass. Who's got det? Was? Will schne suckers die. Die Applause213 is all over Zeit, لم SCRA. In Montyar. Gonna protect. Vielen Dank.